Ich dachte, ich muss jetzt noch wieder alles durchklacken, aber hohoho, endlich da aus dem Scheiß raus. Okay, jetzt treibt es aber langsam. Ja, super. Ja, ich habe gerade gekauft? Äh, nein. Ein V. von Major Bueno Tequila aus der Krieg. Toll. Bist du trank? Nein, ich bin trank. Mann, ich will auch. Good plan. Das war keine Ahnung. Ich bin ein guter Planner. Meine Meinung ist, ich könnte alle Nacht wohnen, Angst, dass ich meinen Job verletzen werde, weil das Sightfire, oder ich könnte nicht wohnen und die Chips fallen, wo sie können. Hey, es ist nicht wie es gibt, dass wir da unten drin waren. Meine Meinung ist, ich werde diesen Waves-Receiver folgen. Ich mag es, wenn du denkst. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ich brauche das, irgendwie nicht, ne? They wanted back. Who? Tracking device, what are they following? Dave? Keine Ahnung. This is air, last scene at lake. Other missing teens, who is listening to us? Mhm, 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 T-Node. All right about fires. Another way, attack, destroy evidence, framing us. Nice build. Government owned, controlled area. Oh, der stellt richtig gute Sachen hier an. Aber wo ist die Note von? Report on Delilah, not too much. Delilah lying, report on Henry. What the fuck difference a day makes? Wow. Hä, wo? What? Note from fire crew, okay. Da habe ich ja auch noch mehr zur Station, zur Vpity Station gehört. Aber, hä, wo war denn das von den? Keine Ahnung, auf geht's. Das ist, ja, noch mitten in der Nacht, toll. Und nicht dafür rumspazieren. Feuer brennt da. Es piept die ganze Zeit, das nervt. Mann, wo muss das denn immer piepen? Es brennt da auch noch, wow, stimmt. Toll. Sieht nach Südwesten aus. Wenn ich das... Es wird schon eine Leier, oder? Sieht gut aus. Ich kann sogar mit dem kleinen Herrn sprinten, das ist doch schon mal schön. Das ist ja so schön. Oh, 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 oh. Please, 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 don't kill me. Scheiße! Was? Oh, die Cave. Okay. Okay. D, ich habe einen Art von Bewerbchen gefunden. Lichter Campinggear, ein paar Klappen und Basics. Aber es war alarmiert. Ich glaube, das war das, was den Receiver zu machen. Hey, wir. Du bist okay? Es ist nicht ein Trapp oder was? Das war ja, wir sind gut. Aber es gibt auch ein paar Kiezen hier. Ich weiß nicht, warum sie hier draußen sind. Sie sagen, Shoshone National Forest, Cave 452. Ist das die in der Canyon? Ja, es ist. Sofa. Who the hell took them? And what the hell is in that cave? Okay, okay, let's just think. Let's just drink. There's the woman with a half a bottle of tequila in her belly. Maybe they're panicking and we're preparing to beat it. But the fire hasn't spooked and we have new walkie-talkies, so we have the upper hand. Yeah, well, it's hard to feel like you have the upper hand when you're standing in the dark in the middle of the woods. Er läuft. Well, you're back in your tower. Maybe you need to drink too. I'm not in my tower. I'm looking at a man standing in your lookout. And it's not you. It's not me. Oh my God, go. I'm going. Warum immer ich, Mann. Ja, mir lang. Das Interessante ist, dass man eigentlich ja nur die ganze Zeit mit dir spricht. Also, man hat keine... Bin ich hier? Wait, what? What the fuck war das jetzt hier schon wieder? Man hat quasi... Gut, man trifft ja ganz wenige Leute. Man trifft die beiden Girls. Aber auch nur vom Weiten. Gut, dann hat man diesen Typen mitten im Nirgendwo. Der mit der Taschenabwehr einen schon am ersten Tag reinleuchtet. Wie auch immer das war. Keine Ahnung. Aber schon spooky as fuck. Ja, und dann halt sie die ganze Zeit nur... Achso, und man wird von hinten auf den Kopf geschlagen. Okay, aber du siehst halt nie. Hey, ist das noch jemand da noch? Nein, er ist weg. Okay, ich bin nahe. Ich wollte nur nicht in ihn gehen. Ja, ich bin vorsichtig. Ich kenne dich, wenn ich da noch kommen werde. Shit. Ähm. Ja, aber sonst... Oh, ich dachte, da hätte ich gerade einen gesehen. Ähm. Hat man ja eigentlich nur mit ihr dann halt so Kontakt. Wieso kann ich den Scheiß eigentlich nicht? Ich sehe keinen da noch hier. Er ist aber... Ja, ist gut. Oh. Ich habe einen Kassett-Player gelegt auf meine Tür. Ähm. Ich weiß nicht, was zu sagen. Na, wir sehen uns, was da drin ist. Oh Gott, ich habe Angst. Bitte, nein. Das ist schlecht. Ja, das ist... Ja, das ist blöd. Es ist eine Tape von uns, zu sprechen, auf der Seite. Es klingt, wie es wurde von irgendwoher nahe. Oh, Jesus. Ja. Und... Es klingt, wie wir diejenigen, die es verbringten, und das war deine Idee. Nein. Wir sind verabschiedet. Nein! Nein! Wir sind doch nicht schlimm. Einen Tag später, okay. Da könnte ich jetzt auch richtig gut schlafen. Wir sind so leid, dass die Leute das tun tun können. Wir können nur den Ort schlafen. Ja. Fuck. Wir können nur den Ort schlafen. Ja. Fuck. Ich denke, ich werde mich schlafen. Ja. Ja. Warte, was? Es wird okay sein. Wir haben nichts falsch gemacht. Niemand, der sich Henry in Two Forks sein, hat einen Blick in einen anderen Sektor vorhin, und gesagt, dass ich wusste, was der Wapiti-Metow-Firre hat. Ähm. Was? So, ich habe gerade aus dem Horn mit dem Schlafen, der fragt, was ich weiß, oder, dass ich ein Arsonist, oder, dass ich es verletzt habe. Außerdem, ich glaube, dass du nicht die einzige Tape von uns aus der Nacht, also jemanden hat die Wahrheit, um es zu schlafen. Wir müssen herausfinden, was jemand in dieser Kaffee gehalten hat. Ich gehe da jetzt. Wir haben nicht viel Zeit, und wenn wir keine Antworten finden, wenn sie uns aus hier rausziehen, wird es in Handcuffs sein. Wir müssen einfach zusammenhängen. Okay? Wir halten unsere Geschichte direkt. Von dem ersten Tag mit den Mädchen, zu der Person, die in unsere Gespräche, alles. Wir müssen einfach ehrlich sein und konsistisch sein. Ja, ich glaube, ich bin einfach der Typ. Genau. Let's go. Aber wenigstens sehe ich schon mal klar, es wurde von der Nähe aufgenommen. Das heißt, also aus der Nähe aufgenommen. Das heißt, die waren anscheinend in der Nähe. Wir haben ja eigentlich darauf gewartet, dass sie was aufnehmen konnten. Wobei, die Frage ist, war das extra von denen? Oder, also anscheinend haben sie es ja bemerkt, würde ich jetzt mal so sagen. Jetzt gehe ich jetzt mal in die Cave. Oder es war alles extra? Boah, jetzt geht das aber doch ab hier. Immer schlimmer, man. Auf jeden Fall haben sie uns nicht mehr so abgehört. Also hat das mit der Walkie-Dawki schon mal funktioniert? Das war doch schon mal ganz gut. Toll. Ja, und wie komme ich denn da nochmal hin? Ich muss, glaube ich, wieder nach... Nächst mal nach Norden, den Berg da runter, genau. Äh, Norden. Dann. Cooles Gerät übrigens. Na, weiter und rechts. Genau, hier ist was scheiße aus. Da muss ich hinlang. Hier gehen das dann eben runter. Bin immer gespannt, was in dem... Ich dachte jetzt auch an der Side ist mehr. Aber das war ja wirklich nur ein Zelt. Also es war jetzt ja nicht so extrem... Gut, es war Hightech-mäßig. Also schon recht interessant, was halt alles aufgestellt war. Aber ich habe jetzt irgendwie mehr erwartet, ehrlich zu sein. Ähm. Trotzdem, jetzt bin ich mal gespannt, was in diesem... in der Höhle ist. Das ist natürlich wieder spooky. Ist mir klar, aber wenigstens ist es hell, weil, naja, in der Höhle ist egal. Ziemlich egal. Ziemlich egal. Hey, you... You didn't actually make that call, right? To the other lookout? I just stuck in my craw. I let myself imagine, how fucked I would be, if you'd been lying to me. But now that I asked, I kinda just wish I hadn't. Of course I didn't. No way, they're just trying to pit us against each other. Please. Yeah. Yeah, you're right. That's not gonna happen though. Thanks, Henry. Ja, prop. Dilala. Die gute. Toll. Die eigentlich immer nur in ihrem... Lookart rumhängt und nix tut. Tss. Tss. Boah, so der Höhle ist auch klug, jetzt mit... Rauch und so. Das ist gut. Ich fahre noch mal... Flashlight F. Okay. Das war E7. Hau da noch ruhig so gegen, dass das sich jeder hört. Das ist gar kein Problem. Gar kein Problem. Gut, die ist eh so hell drin, dass ich eigentlich das Flashlight auch nicht brauche. What the hell? Jesus, this is a big cave. Ah, okay, ich squeezee mal durch. Wahrscheinlich muss ich hier gar nicht her. Oh, gut. Wahrscheinlich ist das wieder der Ausgang, aber ich habe keine Ahnung. So, wie denn, vielleicht eine big cave? Oh, fällt das? Ne, doch nicht. So, du sprichst gar nicht mit hier. Oh, die ist aber echt groß und so. Wait, what? Was ist das da? Und ein Schuh? Ah, wo bin ich denn hier, Mann? Shit, ich hätte wahrscheinlich die andere. Ich weiß aber nicht, wenn ich das Spiel ja doch recht linear, was das angeht. Also, dass ich eigentlich auch nicht unbedingt falsch laufen kann, in dem Sinne. Und... Wait, what? Bin falsch gelaufen, naja, klar. Toll! Ehh... Das war der Long Drop. Also, ich dachte, ich dachte, ich habe es kaputtgemacht. Schön, dass ich es nicht kaputtgemacht habe. Das wäre jetzt irgendwie doof gewesen. Ähm, jetzt kommt es mir dunkler vor als gerade hier. Ja, wow. 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 Ja, trotzdem. Das ist doch ein Schuh. Jo. Ja. Das ist Frauenschuh zufällig. Wow. Schrei ruhig wirklich noch mehr. Boah, er ist jetzt richtig, äh... Parkourläufer hier. Oh, am zack. Squeeze back through. Gut, dass er nicht so fett ist. Äh... Ich dachte, ich muss hier runter. Wait, what? Kann ich irgendwo mein... Okay, da komme ich eindeutig nicht runter. Ähm... Muss ich anscheinend... Ich glaube, das ist auch einfach nur zur Show, oder? Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich muss es, glaube ich, doch hierher. Toll. Äh, ich kann ja auch irgendwie nicht mein Seil oder so befestigen, also... Oder? Bin ich blind? Nee. Nee, keine Ahnung, ich muss es doch zurück. RIP. RIP, RIP, RIP. Und nochmal durch. Weil es so viel Spaß macht. Ich musste das mit dem... Ja, dann ist das doch mit dem Schuh eindeutig, dass man halt... Irgendwas ist ja da los. Also, ich kann doch mal hier mich umgucken. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Das ist schon ein großes Ding, meine Güte. Ich kann wundern, warum die zugeschlossen ist. Die Frage ist, warum so ein Schlüssel dann mitten in der Wildnis mit zum Alarm rumhängt. Naja, der ist schuh da und der ist vor allem so in der Helligkeit. Aber ich glaube, eine Lampe wird es wohl eher nicht sein. Das ist hier das Licht, ja. Wieso baut man das eigentlich hin? Na gut, das war jetzt irgendwie unnötig. Aber, woher kam ich denn da raus? Ich glaube, da kam ich doch wieder an den Kabeln raus. Diese Geräusche, gut, die Geräusche waren irgendwie immer da. Okay, warte mal. Na ja, das ist nicht die Telefonlinien hier, aber... Ähm... Long Drop, okay. Hey, hey, are you there? Ja, was ist es? Was hast du gefunden? Nichts, weil jemand versucht mich zu holen. Du hast jemanden? Nein, jemand hat die Garte hinter mir und dann weggeflogen. Ich habe einen anderen Weg raus, aber wenn ich nicht... Jesus! So, so you didn't find anything? Nein. Da ist ein Ort, wo jemand ein Anker hat, aber die Hardware ist weg. Ich habe keine Klappen, ich habe nur meine Räume. Ich gehe zurück nach zwei Forts und sehe, ob ich etwas gefunden habe, das als ein Anker in diesem Ort kann. Das klingt nicht gefährlich. Das ist schon recht hoch. Hallo. Hallo. Ähm... Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen, hä? Wässerchen, okay. Dass da jemand, was dann auch noch mich da reintrappen wollte, richtig nett. Wait, how the fuck? Ah, hier lang, okay. Ähm, hm. Wait, what? Okay. Ich würde dich sick. Hey, remember that pack I found? Back on your second day? Yeah. I found a plan Brian drew about how he was going to get it back. Oh, I'm sure it was quite elaborate. It's some Wiley Coyote stuff. I'll tell you that much. Nehmen, lesen, na gut, das bringt jetzt nicht so viel. Nice, er plan. Nehmen. Brian was doing a science fair project about bouncing radio waves off of a meteor shower. Wait, what? Poor kid left his homework? Yeah. He must have been pretty smart, huh? Yeah, sharper than a lot of the grown-up knuckleheads I'm used to, yeah. Now that I think about it... Hmm, telephone, man. Oh, please, drown me in your surplus of knowledge. I've been waiting all these years for a man as wise as you to take this job. Well, that wait's over, sweetheart. Uh, call me sweetheart again, and you'll use that big sexy brain of yours to fill out your unemployment paperwork. Sorry, boss. Wow, 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 chill. Read, take talking, meteoros, wow, one. Yeah, I'll read it now, not everything, and so. Take it! I found an old school folder. Brian was a hell of a doodler. It's a little weird that he just leaves so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah. I... They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dump water on fires, and... I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied, and just said it was Ned. If I ratted him out, they would have been forced to leave, and... I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to. Not that it ended up mattering. Hm. Folder, I wanted to... Huh? Use some little face, but Brian, okay. Mitnehmen! Jaa, okay, so'n bisschen... hm. Cooler Typ. He made the place pretty comfy too. That's an achievement? Yeah, at the expense of what are probably stolen pillows. That little shit! Hm, hm. Wow, that can't... I can't... wow. Wow. He was in the middle of really sprucing up the joint when they left. He also stole his dad's climbing equipment. His anchors. That's convenient. Yeah, it is. I think he was gonna hide them in a cash box or something and never got around to it. I mean, he left a note for a ranger to find them and send them back to him in Nebraska. Because he hated climbing? Yeah, I mean, it sounds like Ned was pushing him and pretending to lose his anchors was the easiest way to put a stop to it. I hope it worked. God, what an asshole. Yeah. Man, that is the sort of thing that would have caused me to catch a beating growing up. Yeah, well, I wouldn't put it past old Ned. Hm. Yeah, ranger. Cool whip. There's some grade-A dork contraband here. You found his pocket protector? I found a, uh, I guess a data sheet for one Gladius Silva, half-elf armor 7. Classic wizards and wyverns. Yeah, between this and the map I found in my tower, O'Brien created quite the fantasy world. Gosh, Brian had everything he loved out there. Okay, that's been... There's a ham radio schematic here, something Brian was working on. Yeah, uh, I think that was the one thing Ned did do with him, you know, tinkering on stuff like that. Cool whip. There's also a postcard here from Brian to, I guess, his neighbor? What's it say? What's it say? That he's with his dad and sorry he can't mow his lawn this summer. Oh, gosh. And also, he was worried his dad didn't know when school started. I'd say that's a lucky break, if I were him. Yeah, that doesn't surprise me. Ned didn't really seem like a, you know, with it dad. What's it say? I can't take that anymore. 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 A bunch of rocks stacked up, you made a wall and a perimeter. Oh, God. Yeah, that's perfect. You know, maybe he made it because he was afraid of them. Whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get, I get sick to my stomach. Yeah. Uh, sorry. He'd hide out here to read comics. The black band, his grief is his enemy's sorrow. Everyone this guy loves gets killed, so he honors them with a black armband, which gives him superpowers. Well, that's fucking dark. Black band, that sounds like that. Wow. Chill. Was that? I think that was it. Banner. For this wall. Old paint. Nest. Okay, whatever else. Yo. What do you think is in there? I don't know. Probably going to be killed as a mutter. Probably something that will kill me. So, you know, just sort of getting myself right with God or whatever there is. Henry. They closed the door when they could have just... Basted your head in with a rock or chopped you up with a... Are you serious with this shit right now? A hatchet? God, are you sure you want to go back in there? Yup. Yeah, especially now that I'm thinking about all the fun ways to be killed. I'm sorry. Look, at least whoever locked you in doesn't know you've gotten out. Hopefully you find whatever they're hiding in there and it'll be worth the risk. I really couldn't get that. I didn't get that. Okay, so I'm sure I'm going to go down here. That that door behind my back was basically closed. That wasn't it. I didn't get that. I just jumped into that. I don't know. But good. Äh, äh, also... ... die Mädchen sind aufgerufen. Sieht, wie du sie nicht töten. Niemand hat das. Sie haben ein paar Farmerstraktoren für ein Freie-Ride in Riverton... ... und, äh, ... ... landeten in JL. Komm, wir sch... Ich frage mich, ob sie nichts wissen. Ob es ihnen eine Art, was ihnen passiert, was passiert, wenn sie nicht. Ich denke, wir würden die Gehörigen schlafen lassen. Ja, ist richtig. Sie sind wahrscheinlich richtig. Okay. Denn, dann ist schon mal das weg, das, äh, mit dem Report. Wir sind ja jetzt wieder da. Das interessiert jetzt keinen mehr, was genau passiert ist. Was ist das hier eigentlich? Boah, ich muss mir das eigentlich alles noch angucken. Egal. Ähm. Ja, ach so, ich bin gleich wieder in der K-Affäre. Na gut. Ich muss gar nicht zurück zu meinem... ... äh, zu meinem Lookout Tower. Weil ich ja jetzt die Sachen habe, ist okay. Das ist aber eigentlich ganz nett, weil man nicht nochmal extra hinlatschen muss. Auch wenn er häufig sowieso dann übersprungen wird, bis zum nächsten Tag. Wo bin ich denn jetzt? Okay, ich muss hierher. Äh, ja, ist er doch schon wieder. Jetzt ist die Musik auch schon wieder nett. Jetzt wird's wahrscheinlich gleich wieder böser, weil ich jetzt in der Cave bin. Gut, dass ich die Schlüssel noch ab... Jetzt wieder voll da... ach... Mach doch immer die gleichen Fehler hier. Ich muss ja doch... Es hört auch jeder. Nicht zumachen, bitte. Nicht zumachen. Nicht zumachen. Okay, jetzt... Der dürfte... Ach, hier ist es doch. Aber er dürfte ja jetzt theoretisch auch gar nicht wissen. Der denkt jetzt wahrscheinlich, man ist noch drin. Hat den Weg nicht rausgefunden. Und dass er jetzt auch nicht mal darauf achtet, ob ich da bin oder nicht. Ja. Sehr sicher. Sehr, sehr sicher. Bin jetzt immer echt gespannt, was ich hier finde. Ich meine, ich dachte, ich finde ja generell schon mehr, aber... Ist das creepy... Mann... Ich bin ja auch wirklich gespannt, was hier drin ist. Was... Was alles mit auf sich hat hier. Gleiche Handbewegung. Mein Gott, ey. Und er wollte doch eigentlich nur... Irgendwo ein bisschen sein. Und ein bisschen chillen. Und den Sommer genießen. Ein bisschen mit Ruhe und Frieden. Nein, da muss er hier wieder seine Kacke machen. Hört euch die Musik an. Hört euch die Musik an. Hier, jetzt geht gleich richtig ab. Wetten. Oh, oh, ich wusste es. Ah, shit. Habe ich überhaupt noch einen Fang hier unten? Oh, Gott. Ist das ein guter? Es ist fucking Brian. Du fällst. Nicht umdrehen. Nicht, please. Okay. Ja, das muss ich jetzt nicht unbedingt dir sagen, ne. Ich kann auch gar nicht mehr sprinten. Also tatsächlich... Ja, es war wahr. Oh, das ist schon... Wenn der da runtergefallen ist... Eieiei. Und das war... Ich meine, gut. Das war ja anscheinend ein Unfall, würde ich jetzt mal sagen, oder? Vielleicht kann wieder sprinten, irgendwas... Gucken. Sieht ja schon sehr danach aus, dass der da runtergefallen ist. Aber vielleicht war ja dann noch ein bisschen mehr da. Bin mal gespannt. Und... Auf jeden Fall ist das hier mega hell. Äh, ob ich denn jetzt... Das ist die... Ne, das ist die Stelle nicht, wo ich jetzt gerade war. Das ist eine andere. Oder? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Das erinnert mich jetzt schon wieder... Ist das... Oh, wait, what? Ne, hier war ich noch nicht. Ach, hier... Oh, cool. Jetzt bin ich am Eingang. Sehr interessant. Oh, das wird sich ja freuen, wenn ich das jetzt sage. Hey, D. Hey, D. There you are. I've been worrying my ass off. Hey, you, um, might wanna take a seat. I've been sitting this entire time. I'm almost always sitting. W-What's... What's wrong? The... Only thing in the cave was a body. A body? God, what a mess. Delilah. D. 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 Oder vielleicht doch. Delilah, I'm so sorry. He'd be alive if I told someone he was out here. I don't know where he'd be, but I can assure you it would not be rotting at the bottom of that cave. I... There's...there's...there's nothing to say. Hide back. I think we're leaving tomorrow anyway.